Ich hab ihn abgedrängt. Nein, da war Rufus. Ich bin gestorben. Ich will das nicht, oh nein. Konnichiwa ja Ninjas da draußen. Heute wieder zu einer Folge Curve Fever mit Fresh Fries, Natso und Rufus. Und Natso macht sich erstmal langsam. Ey, der ist direkt vor mir gespawnt. Ja, stimmt. Ja, trotzdem. Den muss man dann trotzdem einkehren. Der hat sich vorher noch dünner gemacht, oder? Nee, nachher. Süß. Du bist unter Druck. Du schaffst das eh nicht. Yes. Eine Nachfrage. Mir egal. Da hast du ne Fifty-Fifty-Shows, Natso, ne? Ja, würdest du mich grad beleidigen. Ja. Taktische Kriegsführung nimmt man sowas. Nein! Ja, hab ich gesehen. Rufus fällt in sich selber rein. Ja, der reguliert sich eh immer selber. Einfach abwarten und Tee trinken. Drei, 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 eins. Ah ne, du hast fünf. Ja, ich hab fünf. Nö, nö. Bin zu schnell für euch. Waaah. Herrlich. Obwohl ich recht hatte, er hatte recht. Nein, ich falle mich selber. Läuft bei dir. Rufus macht sich extra schon langsamer. Ich bin, das war eben so geil. Ich bin zu schnell für euch. Mach ihn schnell, mach ihn schnell, mach ihn schnell. Mach ihn dick, man. Jawoll. Ja, wow. Ich wollte erst die Kurve fahren, dass ich überhaupt noch rauskomme. Komm Rufus, erster und zweiter ist drin, oder? Was? Für uns beide. Ach, jetzt bist du auf meiner Seite. Einmal muss ich ja für dich sein. Da war ich schon. Wo? Das gibt's nicht. Ein Mikro-Eck. Rufus, ich glaube an dich. Nein! Da war ich auch schon. Da war ich auch schon. Rufus, ich bin enttäuscht. Ich bin erster. Ich bin enttäuscht von dir. Ich war echt kurz am überlegen, geh ich jetzt auf Rufus? Ich war doch safe, du! Nee, kein Wissen. Nein! Da war ich schon fresh. Das ist mein Spruch. Da hast du kein Copyright drauf. Das ist mein Spruch. Hm. What the fuck? Boah ey, geht gar nicht. Aber keiner ist gestorben! Das ist mein Spruch. Ah, zu eng genommen die Kurve. Da war ich schon ganz so. Passt mal auf, ich geb euch nur einen Vorsprung. Jaja, auf wat? Auf alles außer Tiernahrung. Ah, cool. Huiiii. Och, komm und die Kurve krieg ich nicht. Komm fresh! Will ja keinen Druck machen, aber das kannst du. Ach. Och, ich gewinne. Da freut er sich ey. Ja, wenn das so lucky ist. Nur weil ich die Kurve nicht gekriegt habe. Ist halt traurig, dass Rufus mittlerweile besser ist nach zwei Runden als... Als ihr alle, wir alle. Ja. Ach nein, warum fahr ich da direkt gegen? Da war ich schon. Ach ne, da war Natsu. Da war ich. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Na, guck gebrüllt Löwe. Sind die Zähne noch alle drin? Die müssen sie erstmal reinstecken. Nice. Ja, ich krieg den Punkt. Ja, mir egal. Jetzt hat der wieder seine, mir doch egal fahrs ey. Juvius erstmal den kann, ne? Hufus hochkonzentriert oder wie? Ja, alle auf Hufus. Nee, der schaltet sich eh wieder selber aus. Ja, dafür hat der auch mal... Sonst fühlt er sich wieder gemobbt. Und geht zu seiner Mutter und weinen. Deine Mom geht zu meiner Mom. Hä? Was war denn das jetzt, wenn das? Deine Mom geht zu deiner Mom. What? Und so Sachen, die muss man nicht verstehen. Jetzt kommt der Hufus um die Ecke. Wirklich? Scheiße. Scheiße, ganz langsam scheiße. Ja, was willst du machen, wenn du da drin bist und Hufus fährt da durch, Alter? Keine Ahnung. Du kommst da nicht mehr raus. Aus der Nummer kommt man nicht mehr raus, ist klar. So, alle auf fresh. Im Übrigen. Mal, Hufus habe ich schon weggemacht. Du? Der hat sich selber weggemacht. Ich habe ihn abgedreht. Nein, da war Hufus. Ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Ich will das nicht. Oh nein. Ich denke, ich sterbe. Ja, jammer schon. Dabei bin ich tot. Da denke ich mir so, hä? Ich habe mich gerade erst dünner gemacht. Das passt schon. Alles klar. Ach so! Ja! Was für eine Lücke, Alter, ey! Das ist die Tanzverbot-Lücke. Nein! Leb immer noch. Er macht keine Lücke, komm mal! Doch, hat er doch. Doch, hat er! Ja, dann! Erst beschweren und dann halt macht er doch Lügen, ne? Hm. Wir müssen Hufus zum Sieg verhelfen. Nein! Komm, Natze. Scheiße. Satz mit X, das war wohl nix, Emni. Überhaupt. Egal! Ah, ich wollte euch schneller machen. Ja, mach doch! Jetzt nicht mehr. Naja, zwei Punkte will ich noch nicht kriegen. Na, drei Punkte wenigstens. Aber es sieht so aus, als würde Natze das erste Mal heute nicht gewinnen. Nee. Ich bin enttäuscht von dir, Natze. Weil ja auch keiner auf Fresh geht. Fufus, der macht ja schon wieder sein eigenes Ding. Ja, der macht immer sein eigenes Ding. Was heißt hier schon wieder? Das ist der perfekte Eifersatz. Er findet die Lücke! Komm! Ach komm, die Lücke war ja auch groß genug. Das stimmt allerdings. Ja! Ja! Du hast ja auch mal den Köln. Nee, ging leider nicht mehr. Ich habe jedes eingesammelt. Aber egal. Einfach gewinnen, dann passt das schon. Dann zeigt der Meister mal wieder, was er kann. Doch, Fresh darf keine Punkte mehr kriegen. Kurz mal einen Monitor angemacht, du weißt, schon läuft der Hase. Was machst du denn? Ja, weil ich unten nicht durchkomme, weil Hufus wieder sein Ding da macht. Was soll ich denn sonst denn? Mal auf Rot gehen? Mach doch. Wow, jetzt! Der gewinnt jetzt eh. Wieso sag ich, dann brauchen wir nichts mehr machen. Ich bin Zweiter geworden, was wollt ihr? Ohne Scheiß, da muss man auch ein bisschen Teamplay machen, wenn jemand anderes vorne ist, Junge. Alter, du musst auch viel lernen. Kann er nichts dafür, wenn MG zuerst stirbt, dann ist es eh schon vorbei. Nein. So, wir können. Die Zeit läuft hier gerade noch. Welche Zeit? Hier läuft so eine Zeit, bis man starten kann immer, wenn man zu schnell ist. Ach so. Das weiß ich ja nicht. Du bist ja Maroast. Aus welchen Gründen auch immer man nicht sofort starten können sollte, aber ja. Geld. Geld. Geld, Frauen, Noten. Mach dich noch ein bisschen schneller gut. Mach dich noch ein bisschen schneller gut. Die gehört. Aber nochmal lassen, wenn ich meinen Controller gegen jemand werfe. Machst du das schon mal? Äh, vielleicht. Während der Aufnahme? Ja. Du wolltest. Du wolltest. Nein. Du hast auch. Okay. Da gab es so ein ganz schönes Spiel, dass sich Trackmania schimpfte. Richtig. Geil. Man kommt eigentlich Staffel 2 von Trackmania. Seitdem hat mein Controller so einen leichten Rechts. Mit mir dann. Man kommt eigentlich Tour de Trackmania 2. Ist auch wieder Tour de France momentan. Stimmt. Können wir eigentlich nochmal. So eine zweite Runde. Alter Vater. Warte, 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 warte. Was das hier einfach für eine Riesenlücke ist. Ja. Dachte ich mir nutze ich mal. Oder die hier. Nein. Was machst du nutze? Da war keine Lücke mehr. Ach. Immer diese Ausreden. Alle auf Crash. 2 Punkte. Süß. Mann. Ohne Scheiß Rufus. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Gießt mir auf den Piss. Alter ich kann doch nichts dafür, wenn da meine Spur anfängt und du dann da reinfährst. Ja, ja. Ja. Denkst du ich mach das gezielt? Oh, jetzt mach ich mal da an der Wand lang, damit ich MG ärgern kann. Ja, sicherlich. Natürlich mach ich das. So machst du auch gerade. Ich stirb vor MG. Ja, er stirbt vor mir. Traurig aber wahr. Sicherlich. Aber wie ich halt immer gerne sage Hauptsache nicht letzter. Hm? Da kannst du nicht sagen. Das war lustig. Ja. War los. War los. Ja, schon nicht. Wohne. Gibt es eigentlich eine Facecam hier bei dem Projekt? Nein. Doch von einem G. Ja, von einem G. Geil, da kann man das abreagieren sehen. Da lacht er wieder. Boah. Gottes Namen muss auch ab und zu mal raus. Mann. Oh was. Du rückst mich auf. Oh Mann. Jetzt geht auf mich. Der Sack. Oh Mann. Ich mag Kürbisse nicht. Nicht lecker. Passt aber momentan, ne? Nö. Nö. Weil die Folge kommt viel zu spät. Kannst du eigentlich schon Weihnachtsmann nehmen. Nö. Gibt es nicht. Gibt es nicht. Gibt es nicht. Warum fährst du denn mit mich rein? Magst du mich zu sagen? Weil ich sonst keine Lücke gefunden habe. Fick dich. Kurve nehmen. Hahahaha. Weißt du der mit 2 Punkten. Ja. Ach Punkt Ratschläge. Hahahaha. 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 Ich weiß schon wie die folgenden Namen heißen werden. Oh, da kassiert er direkt mal Rufus. Hahahaha. 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 Ja aber ich hab immer noch einen Punkt gekriegt. Weil Rufus vor mich gekriegt. Jede einzelne Folge heißt Rufus hackt. Hahahaha. So, erst mal reguliert hier. Rage. Erst mal reguliert. Der Regulator ist zurück. War der schon mal da? Da geht er wieder auf mich, der Olle. Und viel Spaß beim Depp. Ja, aber du bist Feuer gestorben. Der Mg hat genau ein Michal. Ist mir egal. Rufus soll bei zwei Punkten bleiben. Alter, eine Runde zuvor, ne? Komm, erst und zweiter, das geht doch. Ja, eine Runde zuvor ist eine Runde zuvor. So, komm du. Du Hura! Der war geil. Top-Mufus. Das heißt Maul. Muss ich nicht, ist angewachsen. Ein zu früh reingefahren, ey. Nein, ich wäre so schön dran vorbeigekommen. Du wärst noch... Ich hatte kein... Wie er schon Anfahrt nimmt auf mich, ey. Übrigens, ich bin grün. Ja, ja. Jetzt wird man das nicht sehen, weißt du. Ja, ich hab die Namen mit Natze heute mal vertauscht. Ja, ja, ist klar. Weil Natze will auch mal gewinnen. Ja, reguliert sich hier gleich selber weg. Passt auf, 3, 2, 1, jetzt. Oh. Der war gut. Ich hab gut runtergezählt. Ich fette einfach genau da hinüber. Ja, Karma ist halt ne verdammte Bitch. Die hat nen Arsch richtig weit offen. Oh, ihr seid ja dick. Kleinen Lümmel-Männer. Ja, ja. Manche mögen Stick. Ja, das kennt ihr nicht. Okay. Wegrasiert, Alter. Wegrasiert. Alle auf Natze. Nee, alle erst mal auf Rufus. Nee, auf Natze. Erst auf Rufus. Nee, geht ruhig erst auf Rufus. Nee, nee. Das kann nicht sein, Alter. Welcher Hurensohn hat mich fett gemacht. Fett? Ich war das. Fett gemacht. Wer hat mich fett gemacht, ey? Komm, ich hab gewonnen. Nice. Wir machen Rufus jetzt mal fit. Easy. Gegner schon da? Ja. Rufus auf jeden Fall nicht. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Oben in der Infobox sind noch weitere Videos für euch. Wir sagen tschau und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.